die dhv news vom ersten september 2023 und die parteien so karl lautabowski bei sido mit freundlicher unterstützung von awai medical drehhandel und seats 24 hey dudes ein herzliches willkommen bei den dhv news an meinen blog nächste woche ist die erste sitzungswoche im bundestag und damit rückt auch die befassung des legalized gesetzes oder naja entkriminalisierungs gesetzes im bundestag näher und jetzt rückt natürlich auch die parteien in vordergrund jetzt wieder die frage wie viel wollen sie am gesetz noch ändern und welche details genau wollen sie ändern und da ist ein bisschen rätselraten angesagt weil die natürlich jetzt nicht so eine ausgefeilte positionierung haben wie jetzt zum beispiel wir mit unseren dhv eckpunkten wo wir alle möglichen sachen einfach noch mal danach lesen können wie wir sie halt letztes jahr intensiv mit der ganzen community auch mit einer eigenen konferenz dafür halt beschlossen und besprochen haben bei den parteien ist ein bisschen mehr rätselraten angesagt gerade jetzt wo eben noch nicht die zeit ist wo sie wirklich farbe bekennen müssen und da wird es hier darum gehen in dieser ausgabe wir für unseren teil haben unsere wichtigsten forderungen noch mal festgehalten jetzt auch per kleinen videos eben nicht so ausführlich lang wie hier wenn die hv news und ein kollege konstantin hat euch die schön zerlegt in kleine update häppchen sozusagen schaut man die playlist rein da habe ich euch auch hier in die video beschreibung gepackt und ihr könnt ihr natürlich auch gerne teilen wenn ihr die einzelnen themen besonders featuren wollt mal die forderung nach draußen bringen wollt je weiter die verbreitet sind desto besser ja und zu diesen wichtigsten forderungen gehören auch die abstände die abstandsregeln wollen wir abschaffen und zwar zwar in zweierlei hinsicht das ja auch manchmal ein bisschen verwirrend weil immer gleich zwei sachen irgendwie gemeint sind damit und in beiden fällen geht es um 200 meter abstandsregel nämlich einmal für die standorte der anbau clubs die sollen 200 meter abstand haben zu schulen jugendeinrichtungen kindergärten spielplätzen und ich glaube sport einrichtungen und der konsum wiederum soll innerhalb von 200 metern in der öffentlichkeit nicht stattfinden rund um schulen kitas spielplätze blablabla und cannabis anbau clubs und die cannabis anbau clubs sollen auch untereinander noch mal 200 meter abstand halten ja das halten wir alles für unsinn wollen wir alles abschaffen und da ist natürlich zum beispiel die frage wie stehen da die parteien dazu und auch deswegen weil eben im ministerium da scheinbar nichts ging ja wir gehen davon aus dass andere ministerien als das gesundheitsministerium da schon bedenken angemeldet haben bei diesen abständen auch aus rechtlichen gründen gerade bei dem konsumabstand der gar nicht einhaltbar ist und auf die polizei auch auf die barrikaden geht vernünftigerweise dass das nicht da rausgegangen ist die haben das runtergehandelt von 250 meter auf 200 meter aber mehr ging da offensichtlich nicht und das macht natürlich irgendwie nervös ja dass das der bundestag nicht abräumt ja wo man eigentlich denken würde das no brainer ja die mindestabstände sind einfach totaler quatsch ja zum nächsten punkt ja da träumen die sowieso ab aber ein bisschen zittern kann man das schon noch weil eben da im ministerium jedenfalls nichts ging obwohl man auch erwartet hätte ja dass das schnell erledigt wird und dann geht es jetzt zuerst mal richtung grüne da haben wir dann letzte woche auf einmal auf deren homepage ein statement zum neuen gesetz gefunden wo die ein bisschen rumjubeln ja kabinettsentwurf ist jetzt da und so weiter und dann lesen wir auf einmal auf der seite der grünen bei alledem ist für uns der gesundheits und jugendschutz zentral cannabis clubs müssen etwa einen abstand von mindestens 200 metern zu kinder und jugendeinrichtungen halten so schaffen wir eine ausgewogene balance zwischen individueller freiheit und öffentlicher vorsorge wie also what the fuck kann ja wohl nicht wahr sein die grünen beziehen sich positiv auf diese abstandsregel was denn jetzt los hier auf grüne de wo wir davon ausgegangen sind mindestens die grünen werden ja wohl auf jeden fall irgendwie was gegen diese abstandsregelungen haben und sowohl für die clubs als auch für den konsum die abschaffen wollen hier geht es ja um die abstandsregeln für die clubs ja die werden konkret genannt und da haben wir halt das geteilt ja und uns aufgeregt auf twitter und so weiter und kurz danach hat dann tatsächlich die grünen abgeordnete die zuständige druckenpolitische sprecherin jedenfalls für cannabis politik zuständige kirsten kapat-gonter für sich nochmal klargestellt per twitter dass für bei ihr die meinung klar ist ja abstandsregeln sind nicht sinnvoll gehören auf den prüfstand und so weiter also die werden frage gestellt ja die werden nicht akzeptiert erst mal so auch wenn sie das nicht gesagt hat ich werde mir ein bein ausreißen um ihn zu verhindern ja aber war schon sehr kritisch was diese abstandsregelung angeht und offensichtlich nicht so dass das jetzt schon irgendwie erledigt ist insofern hat man da auch wieder gesehen einerseits lohnt sich der aktivismus sozusagen um da nochmal irgendwie ein bisschen die die programmatik zu schärfen sozusagen und zu zeigen was ist der community wichtig und was nicht readmob auf twitter immer schön mitmachen da und es zeigt auch dass nicht alles was auf einer homepage einer partei steht auch offizielle positionierung der partei ist da sind dann halt irgendwelche online redakteure am werk vielleicht haben die sogar lauter was pressetext irgendwie übernommen oder was haben die vorschläge gekriegt für social media oder so keine ahnung und haben das dann einfach mitgenommen ja und das ist dann eben nicht offizielle position der partei zwingend hat ja zudem zu der frage keine offizielle position aber auch nicht position der fraktion der grünen fraktion die müssen ja letztendlich im bundestag damit umgehen und die müssen sich entscheiden und jetzt können auch gar nicht zurückgreifen auf irgendeine positionierung der partei also das sensibilisiert auf jeden fall für bestimmte forderungen auch wenn das jetzt auf der grünen homepage nicht so sehr ernst zu nehmen ist ich weiß auch dass da jetzt hinweise gelaufen sind richtung grüne bundesgeschäftsstelle der partei auf diesen dieses problem sozusagen ich bin gespannt ob die den text noch ändern bis jetzt steht er immer noch so da trotzdem kann man sich da erst mal ein bisschen entspannen ist davon auszugehen dass die grüne fraktionen diese abstandsregeln kritisieren und hinterfragen und ja hoffentlich abschaffen wird zusammen mit der fdp und auch da ja war ich jetzt nervös geworden habe ich ja gerade erzählt warum was die abstände angeht und die sind übrigens auch in den medien jetzt sehr viel thematisiert worden auch die haben unsere kritik aufgenommen insbesondere in den konsumabstandsregeln um die es jetzt geht da ist auch diese buberz karte die wir hier auch schon mal gefeatured haben jetzt in den medien angekommen die wird jetzt häufig zitiert und gezeigt jeweils jede stadt für sich sozusagen in unserer stadt ist jetzt möglich da und da zu kiffen also viele medienberichte und auch teilweise ulkige ergebnisse ja wo dann steht auf stralsund kann man irgendwie mitten in der einkaufsstraße konsumieren das ist der einzige ort oder so was und dann zeichnet sich da so eine neue kultur ab dass sich dann irgendwie die kiffer was weiß ich nach 20 in der einkaufsstraße in stralsund irgendwo treffen oder was das ist dann auch ein bisschen absurd irgendwie das ganze leider viel mit paywall auch dieser artikel aber thema ist angekommen so jetzt zurück zur fdp da hatte ich halt gesehen frau lüttge die twittert ja immer kräftig ja die drogenpolitische sprecherin der fdp eigentlich am fleißigsten mit ihrem weekly retweet und so weiter und auch grundsätzlich erstmal gute forderungen und so manchmal ein bisschen allgemein vielleicht und leute sind natürlich total genervt davon letztendlich teilweise auch weil das eben nichts passiert ist jetzt seit zwei jahren bald und die sagen ja hier alles nur gelaber bla bla mach mal endlich was und so das wird sie demnächst beweisen können hat da wirklich sehr umfangreiche änderungen auch von ihr gefordert werden aber grundsätzlich immer gut ja je mehr sie sich da positioniert und mehr sie raushaut na das ist ja auch ein signal richtung andere parteien richtung bisher richtung lauterbach na das da bei bestimmten themen auch mit widerstand zu rechnen ist von fdp-seite so weit so gut aber mir aufgefallen mir aufgefallen dass sie mehrfach kritik an den abstandsregeln für die cscs getwittert hatte aber nicht für den konsum da war ich ein bisschen war ein bisschen irritiert und habe gedacht okay hoffentlich hat jetzt kein zeichen das sind jetzt explizit nur diese abstände von den anbauclubs irgendwie kritisiert und nicht die anderen dass sie das vielleicht schon geschluckt haben ja das sagen okay da wollen wir jetzt gar nicht mehr ran ja das ist jetzt die frage wie viele themen machen ja überhaupt noch auf dann habe ich nachgefragt auch wieder twitter wie sieht das aus ich hoffe da muss ich jetzt nicht rein interpretieren dass sie die abstandsregeln für den konsum nicht kritisieren und ja kam erst mal auf eine allgemeinere antwort aber dann hat sie noch mal nachgelegt und dann noch mal bestätigt dass sie auch diese abstandsregeln für den konsum kritisch sieht also auch da soweit alles im grünen bereich sozusagen einigermaßen ja trotz irgendwie vielleicht manchmal irritierender geschichten wobei in dem fall habe ich ja selber im prinzip da rein interpretiert da vielleicht ein problem sein könnte und war erst mal keins ja auch wenn auch lütge nicht gesagt hat ja ich werde jetzt die bekloppt irgendwie kämpfen dafür sondern auch was von prüfstand erzählt und so aber auf jeden fall ist es nicht durch ja die haben sich nicht darauf geeinigt die mindestabstände für den konsum so zu lassen auch nicht für die cscs also da ist nach wie vor alles im prinzip höchst kritisch gesehen bei den fraktionen und den zuständigen drogenpolitischen fachpolitikern so jetzt wird über finde ich eigentlich richtig spannend erst jetzt noch irgendwie das ist jetzt wirklich wild weil wieder ein text auf der homepage wo man sich fragt ist das jetzt wirklich die parteiposition oder nicht bei der cdu ist ist aufgetaucht ja die meisten lesen wahrscheinlich gar nicht bis runter weil das sondern auch ein anti cannabis artikel war auf der cdu seite vom 16 august von wegen keine freigabe der cannabis droge dann kommt erst mal ewig und drei tage wie schrecklich cannabis ist und wieso das auf gar keinen fall legalisiert werden darf und dann steht da unten auf einmal am ende des artikels die cdu möchte den weg der entkriminalisierung statt legalisierung prüfen lassen das bedeutet besitzhandel und konsum von cannabis bleiben weiterhin illegal anders als gegenwärtig hat dies jedoch keine strafrechtlichen folgen sondern gilt nur noch als ordnungsfähigkeit betroffene bekommen eine abmahnung kein gerichtsverfahren wer mit drogen bis 25 gramm aufgegriffen wird muss aber zur drogenberatung unterhält hilfsangebote im wiederholungsfall gibt es verwarnungen wie geldbußen zwischen 25 und 100 euro oder führerscheinentzug der anbau bleibt weiterhin illegal blablabla alles andere bleibt fischerlich verboten also ist jetzt kein kein riesiger liberaler aufschlag den die da machen ja das ist nur so ein versteckter gedankengang ja aber der immerhin auf cdu.de stattfindet der gedankengang also wir möchten vielleicht doch entkriminalisierung prüfen ja und dann ist auch noch von 25 gramm die rede wo sämtliche cdu leute bis jetzt in medien rauf und runter gesagt haben als eine dealmenge das ist ja irrsinnig viel und so weiter jetzt bringen die selber 25 gramm ins spiel also merkt euch die seite macht euch screenshots davon wenn die irgendwann nochmal wieder damit ankommen könnt ihr sagen hier die union schlicht ja selber 25 gramm vor zum entkriminalisieren also das ist schon einigermaßen spektakulär jedenfalls diese 25 gramm und auch die niedrigen bußgelder die da drinstehen zwangsberatung in portugal haben sie noch auch drinstehen das muss jetzt auch nicht sein wenn jemand mit cannabis aufgegriffen wird aber immerhin 25 bis 100 euro im wiederholungsfall schreiben die während im lauter was gesetzentwurf noch was drinsteht von 100.000 euro strafe ja und von drei jahren knast für irgendwie 26 gramm und so ne also da ist das dann ist das schon interessant und ist natürlich nur ein prüfauftrag ja nicht wie die cdu möchte den weg der entkriminalisierung gehen sondern möchte den prüfen ja also da stellt sich auch die frage ja was ist das denn jetzt hier ne hab da mein kontaktformular reingehackt ne hab das nochmal so dargelegt ja dass ich da erstaunt bin und hat bis jetzt doch irgendwie soweit mir bekannt ist nicht die position der cdu ist und habe dann gefragt gibt es einen vorstandsbeschluss oder sonst irgendeinen gremienbeschluss der partei es hat eine neue positionierung wie es genau der wortlaut dieses beschlusses wenn das nicht beschlusslage der cdu ist wessen standpunkt ist das denn dann eigentlich und was soll das mit dem prüfauftrag bedeuten wer soll das prüfen ja ob die entkriminalisierung jetzt der richtige weg ist oder nicht und ob sich die positionierung der cdu jetzt offiziell geändert hat oder nicht bis diese prüfung abgeschlossen ist ja und so habe ich dann erst mal tatsächlich eine antwort bekommen irgendwie ein zwei tage später mit den standard text bausteinen der cdu gegen cannabis und legalisierung also alles ganz furchtbar mit dem cannabis und tausend hirnschäden und alles in der mail drin und gegen legalisierung aber auf meine frage sind die überhaupt nicht eingegangen ja und überhaupt nicht das war darum ging ich ja gar nicht bei meiner konkreten fragenliste ja was ist das für ein beschluss da dann habe ich dann mal geantwortet ja und das ganze spielte sich dann paar tage später ab nach dieser veröffentlichung des ersten artikels auf cdu.de und dann kam der spiegel der spiegel hat am 21 8 ein artikel gehabt union versus cannabis legalisierung vergebener elf meter da hat ein redakteur vom spiegel warum auch immer gemeint die cdu würde gar nicht richtig austeilen gegen dieses legalized gesetz von lauterbach kann ich überhaupt nicht nachvollziehen ja ist ein witz die sind ja die ganze zeit am amok laufen da bei der cdu rauf und runter sämtliche landesminister sind die ganze zeit irgendwie am rumkrietschen ja denen stehen die haare zu berge wegen die jugend geht tot und so weiter wegen des gesetzes und der spiegel sagt ja wieso machen die nix ja wieso sagen die nix dagegen ja so schon ein bisschen merkwürdig auch trotzdem vergebener elf meter ja schreibt der spiegel am 21 8 und dann hat die cdu am 28 8 eine woche später doch ein bundesvorstandsbeschluss gefällt ja auch nach meinen ganzen fragen was ist das jetzt hier ist das ein beschluss oder was jetzt mit der entkriminalisierung das war auch davor und jetzt kam der beschluss dann auf einmal freigabe der droge kann abis ist ein schwerer fehler da gibt es also jetzt den bundesvorstandsbeschluss der ist auch veröffentlicht worden den habe ich verlinke ich hier unter dem video kann euch mal angucken und es gibt einen weiteren artikel dazu den sie auch veröffentlicht haben am 30 und dann ging das auch fett durch die medien ja also per nachrichten ticker dpa zum beispiel zdf kritik an ampelplänen cdu vorstand cannabis legalisierung stoppen ja und da wieder nur cannabis ist ganz furchtbar darf auf gar keinen fall legalisiert werden und so weiter da steht auch in dem beschluss des vorstands nichts mehr von entkriminalisierung drin aber dann gibt es irgendwie einen artikel noch mal dazu zu diesem vorstandsbeschluss und der sagt am ende lesen sie auch den anderen artikel vorher auf unserer seite cannabis bla bla da ist der verlinkte alte artikel in dem immer noch drin steht die cdu will dass die entkriminalisierung geprüft wird da würde noch mal darauf verwiesen auf den artikel und dann steht da immer noch also wieder so ein fall ja wie bei den grünen sozusagen da steht irgendwann auf der homepage von cdu.de oder grün.de wo man sich fragt wie kann das sein also gerade in dem fall eben geht es ja doch auch mehr um positionierung sag ich mal als bei den grünen mit den mit den abstandsregeln da das hat viel grundsätzlich ja ist die cdu jetzt auf einmal für entkriminalisierung oder was ja aber davon war da nicht mehr die rede und da kann man also auch sehen das ist erstens nicht ernst zu nehmen ja natürlich ist die cdu jetzt nicht für entkriminalisierung auf einmal weil das da irgendwo steht aber es ist auch ein zeichen dafür dass auch innerhalb der cdu doch die diskussion darum läuft ja das gibt auch in der cdu leute die sagen ja gut also wir wollen ja die dealer jagen und nicht die konsumenten lassen uns da vielleicht richtung portugal gucken da hat man dazu ordnungsfähigkeit möglicherweise herabstuft im besitz einer geringen menge die diskussion ist schon ein bisschen länger im gang ist natürlich nicht mehrheitsfähig gewesen bisher bei der cdu und das ist jetzt vielleicht so eine art testballon hat die cdu mal ausprobieren wollte ja wie reagieren denn die leute unsere eigenen leute sozusagen unsere anhänger unsere mitglieder und so weiter darauf wenn wir da mal so einen vorsichtigen prüfauftrag für entkriminalisierung hinschreiben mal gucken wie groß der aufschrei ist ja also bei mir ist auf jeden fall gut eingeschlagen dieser text ja das ist auf jeden fall ein zeichen für diskussionen bei der cdu interessanterweise ist dann nachdem niemand darüber berichtet bisher ja über diesen diese stelle ja eigentlich hätte irgendwie hätte die ganze medienlandschaft irgendwie da aufmerksam werden müssen nachfragen müssen und so aber die haben halt alle die ganze kritik wieder gekaut und jetzt hat keiner gemerkt ja also bisher bis auf weiteres ist die cdu unwählbar und unser problem wenn wir gerade schon mal dabei sind ja muss man kurz auf die spd eingehen viel kürzer in dem fall ich hatte ja schon berichtet dass wichtige spd landespolitiker zum beispiel stephan weil ministerpräsident von niedersachsen und ein paar spd-innenminister gesagt haben ja blöde idee mit der cannabis legalisierung mit auch mit lauter was gesetze wo ja gar nicht um legalisierung geht aber auch das ist viel zu weitgehend da brauchen wir jetzt nicht und da war schon im netz quasi die spekulation am laufen ja wer wird wohl der nächste sein das wird wohl sebastian fiedler sein und das ist auch passiert da kam jetzt auch noch mal eine nachricht im zusammenhang auch mit bundeswehrsoldaten ob die kiffen dürfen oder nicht das verlinke ich euch auch in der video beschreibung wo fiedler sagt dass die legalisierung erstmal in modellprojekten einzelnen städten ausgetestet werden sollte und er bezieht er ist halt nicht legalisierung gemeint sondern ganz konkret bezieht er das auf das aktuelle gesetz den kabinettsentwurf und den von lauterbach also nur eigenanbau und anbau klubs und entkriminalisierung nicht legalisierung bei dem anderen haben da hat sich die bundesregierung jetzt schon darauf festgelegt dass sie die komplette legalisierung mit fachgeschäften für alle erwachsenen deutschland in modellprojekte runter kochen will ja nur regional hier mal ausprobieren und so das ist ja klar aber vieler steckt hat ganz jetzt auch noch für die erste säule vor und sagt selbst da soll man sind viel zu schnell ja das wird auch irgendwie probleme mit sich bringen und alles mögliche ist noch nicht erforscht und blablabla man soll auch da ein bisschen bremsen also spd in politica der volles auf der bremse steht der neuen bundestag ist und vorher vorsitzender des bundes deutscher kriminalbeamter war und auch da innerhalb des verbands eher auf der hardliner linie war obwohl die immerhin für entkriminalisierung der konsumenten sind aber eben nicht für legalisierung und fiedler ist da besonders kritisch immer gewesen ja und hat immer mal wieder alle paar monate zwischendurch so störfeuer gebracht in der eigenen fraktion und jetzt wieder ja und ich hatte jetzt auch letzte oder vorletzte woche bei amageddon ja die amageddon ausgabe auch schon erwähnt hat jetzt irgendwelche forderungen kamen dass man das doch zeitlich und räumlich befristen sollte auch den ersten teil damit man möglichst schnell dann wenn dann irgendwelche probleme auftauchen sofort wieder alles einstampfen kann oder wenn die cdu die wahl gewinnt oder was und fiedler kommt jetzt aus den reihen der spd auch damit an und sagt ja hier lassen wir das alles ein bisschen kleiner machen und nur so kleine modellprojekte und so ja da steht also auch offensichtlich innerhalb der parteien und der fraktionen und besonders bei der spd noch einiges an diskussionen an kann man nur hoffen dass das da nicht zu viel sand im getriebe ist ich hatte letzte woche auch gemeldet dass forsa nur 40 prozent zustimmung zum aktuellen plan zum kabinettentwurf sozusagen gemessen hatte die forschungsgruppe wahlen ist jetzt für das zdf politbarometer mit deutlich besseren werten um die ecke gekommen und die haben nämlich 50 prozent zustimmung gemessen in der bevölkerung auch wieder konkret auf diesen aktuellen plan bezogen nicht auf allgemein auf legalisierung sondern was halten sie davon weil autobacht davor hat entkriminalisierung eigenanbau und anbau clubs und immerhin 50 prozent gegen 45 eine einfache mehrheit keine absolute mehrheit aber eine einfache mehrheit pro säule eins gesetz ja und das ist natürlich ein schönes ergebnis entspannt die sache ein bisschen da hat man die bevölkerung nicht gegen sich hat nach der rechnung bisschen merkwürdig sehr hoher abstand zu dem forsa ding normalerweise sind die nicht so groß die abstände dürfte eigentlich gar nicht sein da können sich die die statistiker auch noch mal den kopf drüber zerbrechen aber wer da was falsch gemacht hat oder so aber immerhin na das ist dann mal die schönere nachricht und teil dieser also für mich eigentlich der erschreckendere teil dieser vorsorgumfrage letzte woche war ja nicht der wert an sich sondern die frage wen halten sie denn für glaubwürdig und da gesagt wurde 71 prozent halten die argumente von ärzten polizisten und justiz gegen die legalisierung für glaubwürdig aber nur 22 prozent halten die regierung für kompetent in der cannabis politik und das ist natürlich ein absolutes desaster und hat sicherlich auch viel mit lauter was kommunikation zu tun und das ist jetzt mein nächstes thema in sachen pr hat lauter wach mal wieder einen besonderen kuh hingelegt das jetzt jetzt nicht mehr für die für den gesetztext und für die weitere entscheidungen zuständig aber pr mäßig ist er noch voll im boot und wird jetzt da immer noch alles geben und wird jetzt coole gefährdete jugendlich mal volles rohr mit den hirnschäden durch cannabis vollbomben irgendwie und die waren und hat dann sich auf ein interview mit sido eingelassen dem bekannten rapper und dieses video wurde auf einem kanal der firma von sido veröffentlicht die halt auch in der cannabis branche selbst tätig ist also sido hat eine firma will geld verdienen erstmal medizinischem cannabis und stellt sich da halt auf den markt ein und so weiter wie viele andere auch und ja auf dem firmenprofil sozusagen ist jetzt überall lauter wach und die machen mächtig werbung damit twitter auf twitter hat lauter wach selbst sein video angekündigt mit hallo mein blog hier mein interview mit sido also voll cool ja deswegen ich habe auch mal heute ja die news sehr sehr cool eingeleitet und passend dazu hat sich auch die satire sendung extra drei mit lauter wachs plänen befasst und zwar beim thema cannabis legalisierung jetzt kommt sie wirklich präsentiert von keinem geringeren als fucking home grow karl lautabowski ja also super cool ja lauter wach hat ja auch gar kein budget bisher für seine kampagne präventions kampagne um vor den problemen mit cannabis zu warnen da muss er selber jetzt in die büt ja und in die kanäle und so und aus diesem interview mit sido zeigen euch jetzt mal ein paar ausschnitte zum beispiel hat sich der mann mit der obergrenze von 50 gramm cannabis beschäftigt 50 gramm also kommt man schon gut über die runde der konsum der darüber hinaus ginge wäre auch relativ also gefährlich will man nicht will man ich vielleicht schon wirklich mehr als 50 gramm im monat schaffe ich ja wirklich aber ich bin erstaunt also ich bin auch groß und wenn man ständig also mehr als 50 gramm da pro monat rein tut dann wächst auch das gehirn nicht sondern muss man an die reserven gehen aber der eine schrumpflich außerdem was ich besonders panne finde ist dass er da noch mal erzählt hat warum die teil legalisierung viel besser ist als eine richtige legalisierung warum sein gesetzesprojekt das beste aller zeiten ist komplett legal macht keinen sinn also wenn ich komplett legal also sage dann würde ich ja zum beispiel legalisieren dass jemand ich sag mal ein paar kilo stoff am mann trägt wie will ich denn dann den dealer noch unterscheiden von demjenigen der für sich selbst konsumiert damit komplett legal dann habe ich eine lage also der schwarzmarkt blüht weil ich dann quasi auch keine regel mehr habe wäre darf anbauen wer darf verkaufen dann bist du vom regen in die traufe gekommen dann hast du über die legalisierung einen mega schwarzmarkt so etwas ähnliches wie in holland das ist kein beispiel für uns ich glaube diese idee halblegal klingt erstmal schlecht ist aber die schlauere idee ja den teil finde ich besonders fragwürdig muss ich sagen weil er damit ja im prinzip auch gegen die pläne der ampelkoalition bestellt ja also die wollten ja ursprünglich eine weitergehende legalisierung mit fachgeschäften für erwachsenen ganz deutschland und lauterbach hat dann irgendwann erzählt er hätte würde das auch so sehen ja das am anfang auch verteidigt hat dann selber irgendwie in geheimen verhandlungen mit der eu-kommission dafür gesorgt sozusagen letztendlich für die entscheidung dass dieser plan nicht mehr weiter verfolgt wird weil er sagt die haben da was gegen bei der eu ohne dass das irgendwie offiziell wäre und jetzt zeigt sich ja er ist selber gegen legalisierung jedenfalls was er da erzählt wenn man dem überhaupt irgendwie was glauben kann glaubt er dass jetzt sein gesetzentwurf sozusagen das beste der welt ist und außerdem ist das halt völlig konträr zu dem was die noch vorhaben bei der ampel mit säule 2 da wollen die ja doch irgendwie weitergehen und irgendwie noch den regulierten markt einführen ja und jetzt erzählt er ja säule 1 das beste was gibt ja und dann machen sie dann schlechter nachher mit säule 2 oder was ja das ist irgendwie alles verrückt dann ist auch noch der super experte für thc obergrenze von zehn prozent zehn prozent experte für heranwachsende glaubt ihr nicht dass gerade die 18 bis 21 jährigen dass die einfach weiter auf dem schwarzmarkt zurückgreifen werden wenn die halt so eingeschränkt sind glaube ich gar nicht und zwar wenn wir rüberbringen dass also bei 18 bis 21 ist sehr wichtig ist dass der thc gehalt nicht zu hoch ist weil sonst das gehirn also mehr wegnimmt als wenn der thc gehalt die leute werden also denken okay jetzt höre ich hier überall also dass da zehn prozent thc behalten soll nicht drüber sein da werden viele sich denken okay wenn ich jetzt schon in dem alter konsumiere dann nehme ich lieber den stoff der weniger schadet weil ich muss davon ausgehen der dealer sagt mir ja nicht wie viel da drin ist dass da konzentrationen drin sind die für mich sehr ungut sind ich glaube daher leute werden schon sich überlegen okay ich mache das jetzt aber ich bin auf der vorsichtigen seite sein glaube ich schon glaube ich gerade ich glaube gerade die jungen leute wollen sich zu ballern der gesundheitsminister den wähle ich zwar nicht der macht aber den eindruck der kennt sich ein bisschen aus der sagt zehn prozent also darf soll nicht drüber liegen wird der ein oder andere sagen dann gehe ich an die genossenschaft zehn prozent ist schon echt wenig ja und übrigens ist auch im netz viel kritisiert worden dass lauter brichter werbung für eine firma macht letztendlich silo hat den auftrag voll ausgeschlachtet ja auf den ganzen firmenseiten überall rauf und runter lauter bach habe ich schon erwähnt ja der macht da mächtig pr für seine firma da mit und lauter bach selbst hat in seinem oben genannten posting an seinen blog ja da auch die firma tatsächlich verlinkt ohne note hätte auch nicht machen müssen firmenwerbung in dem zusammenhang ist sogar von lobby control kritisiert worden so eine organisation die sich mit dem einfluss von wirtschaft und so weiter von lobbies eben auf politiker auseinandersetzt und der sprecher von lobby control hat jetzt zu dieser lauter bach-sido geschichte noch mal gesagt der bundesminister sollten sich nicht von einzelnen unternehmen vor den werbekarren spannen lassen so viel zu lauter bach bei sido und dann immer noch ein kleines neckisches thema nämlich die ortschaft hanf hat ein problem die berichten seit jahren immer mal wieder bald seit jahrzehnten dass andauernd die ortseingangsschilder geklaut werden wo halt fett hanf drauf steht ja in diesem stil von ortseingangsschildern eben wie die so sind und die stadtverwaltung ärgert sich über die hohen kosten ja die müssen andauernd dieses schild da irgendwie neu hinstellen und so und der wdr hat jetzt in seinem bericht ein paar coole stellen mit einem text drin über diese geschichte die zitieren zum beispiel so einen älteren einwohner im bild da gezeigt wird mit seiner stellungnahme dazu und der sagt dann ja die denken halt oh hanf das können wir brauchen und deswegen klauen sie dann die schilder ja so der super text irgendwie der typ da sagt ja hanf können wir brauchen nehmen wir mal schild mit und dann scheinen die meisten leute in hanf auch relativ locker zu nehmen ja so eine jüngere frau erzählt dann ja das haben die deutschland im zimmer findet cool und so weiter wahrscheinlich hat die selber auch eins wahrscheinlich haben alle leute in hanf so ein ding im wohnzimmer stehen wo hanf draufsteht auf jeden fall ist da noch so eine zwischenüberschrift in dem artikel gelassenheit bei den hanfern und das natürlich ein perfekter übergang schöner slogan für den ortsgruppenfunk damit nämlich einmal die ortsgruppe darmstadt am 19 8 waren die beim christopher street day mit dabei haben zusammen mit dem vielbund e.v für vielfalt und akzeptanz auf der straße demonstriert da waren die gute stimmung heiteren sonnenschein und so weiter alles schick gelassenheit bei den hanfern würde ich sagen war auf jeden fall am start und hatten auch im gegensatz zum letzten jahren infostand auch noch dabei vorher war waren sie nur als laufgruppe mit jetzt laufgruppe und infostand ja und tolle gespräche und so weiter und davon berichten auch die ortsgruppen bergisches land und düsseldorf die haben uns nämlich unterstützt auf der cannabis kann a fair in düsseldorf mit dem infostand des handverbands da werden wir sowieso ohne unsere ortsgruppen aktivisten vollkommen aufgeschmissen mit den ganzen messen und infoständen und so weiter ja das werden wir gar nicht schaffen ohne die ja und die haben auch wieder berichtet da viele gute gespräche ein bisschen netzwerken da auch besucher aus den jeweiligen regionen also auch aus dem bergischen land waren leute da düsseldorf natürlich sowieso auch neue interessenten für die ortsgruppen die dann zum nächsten treffen kommen die wollten viel wissen über den aktuellen gesetzentwurf am stand und wie wahrscheinlich die leute das halten oder herr unsere leute am stand dass da wirklich sich was tut neu mitglieder geworben apropos mitglied beim handverband werden ja immer eine gute idee ja und haben halt infomaterial merge und die leute gebracht ein kleiner kleiner wärmungstropfen war allerdings dabei im umkreis der messe ist mal wieder mächtig polizeischikane gewesen bei autokontrollen ja die haben da alle möglichen autofahrer gefilzt die irgendwie im umfeld der messe unterwegs waren da ist der cdu-innenminister reul in nrw noch mal wollen wir alles geben kurz bevor der grenzwert hochgesetzt wird vielleicht dann die ganzen leute dann auf einmal kann er nicht mehr belangen weil sie nüchtern sind und jetzt kann er so noch belangen auf jeden fall volles rohr polizeigedöns bei der canna fair kommen zu den terminen in heidelberg trifft sich die ortsgruppe rhein-neckar am montag 4 september treffen der dhv ortsgruppe in halle mittwoch 6 september ludwigshafen infostand der ortsgruppe samstag 9 september wieder ein infostand in regensburg 10 september auch da geht die sommerpause scheinbar vorbei es gibt ja infostände hatte ich eine weile nicht dortmund die cannabis bis cannabis business expo and conference cb business cb expo cannabis business expo in dortmund freitag 15 september bis samstag 16 september also eine cannabis business messe b2b business to business keine consumer messe in dem sinne aber auch konferenz ja da gibt es auch etliche vorträge im rahmen der inter tabak zum ersten mal in dortmund von den machern der canna trade in der schweiz und dann haben wir noch ein infostand beim oktoberfest in münchen 16 september zur eröffnung da gibt es noch mehrere die dann noch folgen werden ja die man zwischendurch am ende auch noch mal infostand und verteilen da traditionell mal hopfendolden in szenetypischen tütchen also da kann man mal schön irgendwie die doppelmoral der csu irgendwie schön auf den punkt bringen beim oktoberfest freuen wir uns besonders drüber wenn da die ortsgruppe münchen beim oktoberfest zugange ist ein besseres setting gibt es eigentlich gar nicht ja super und informaterial neuen sticker haben sie dabei lasst die wiesen blühen das war für heute ja like das video abonniert den kanal und drückt die glocke und überhaupt noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend vielen Dank